Willkommen zurück zu Let's Play Apes... Ne, Oddworld Apes Exodus, so, wir wollen es natürlich auch vollständig sagen. Wir sind jetzt hier in der Haupthalle, beziehungsweise ich, wie ich es das letzte Mal genannt habe, das Verbindungsstück. Ja, wir haben jetzt hier die Auswahl, wir können zu den Slick Barracks, zu Boneworks, Fico, Vorstandsbüro, da können wir glaube ich noch nicht hin, und Solstor... Boah, Alter, heute geht überhaupt nicht über den Sprechen. Solstor Brewery, das ist sowieso schon schwierig auszusprechen, okay. Wir haben heute den... Moment, ich muss auf meine Uhr gucken. Moment. Wir haben heute den 23. September, wir haben Sonntag und wir haben... Moment, jetzt muss ich nochmal auf die Uhr gucken. Wo ist sie hin? Da. Wir haben 11 Uhr. So, ähm... Ja, haben wir uns den Plan schon angeguckt? Ich bin mir unsicher. Mh... Den haben wir uns glaube ich schon angeguckt. So, dann laufen wir mal weiter. Hier haben wir nochmal was zum Angucken. Ähm... Ja, okay, das hatten wir eigentlich schon. Also, wütende Mudarkens, alberne Mudarkens, deprimierte Mudarkens... Und so weiter und so fort. Er hat... Ja, kranke und blinde. Haben wir alles schon gesehen. Ich weiß gar nicht, wie ist das eigentlich, wenn wir... Wenn wir noch keinen Spielstand haben und die zweite CD einlegen, wird dann gesagt, äh, das ist falsch. Du hast hier die erste CD eingelegt. Äh, du hast die zweite CD eingelegt und musst du die erste einlegen. Ich weiß das gar nicht. Hup. Hup. So. Wir kommen zu den nächsten Pups und wir gehen erstmal nach unten, würde ich sagen. Weil ich glaube, da können wir eh nix machen. Aber da haben wir noch ein... Äh... Etwas, was wir uns angucken können. Da drüben ist übrigens Vickers Lab demnächst. Ich glaube, dass Vickers Lab ist aus Munch's Odyssey, glaube ich. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Weil mit diesen... Ich kenne eigentlich nur die Playstation 1 Teile und halt... New and Tasty. Das sind eigentlich so die einzigen Teile, die ich kenne. Die anderen habe ich noch nie gespielt und bin ich auch nicht so scharf drauf, irgendwie zu spielen. Äh, Onkel Asleks Touristentrip... T-Trip... Tipp Nummer 9. Greeters heißen dich willkommen. Willkommen mit C. Wir sind's American. Ähm... Die Greeters, die ursprünglich als selbstfördernde Verkaufsautomaten... Ja, selbstfördernde Verkaufsautomaten konzipiert wurden, taten alles, um einen Verkauf zu tätigen. Einschließlich Kunden, den Stromschlag zu töten. Da sie die Fehler nicht beseitigen konnten, verwendeten die Glackens die Greeters jetzt als Wächter. Denk dran, wenn du dich nicht bewegst, können sie dich nicht sehen. Für mich sind das immer noch Mülltonnen. Ich finde, die sehen aus wie Mülltonnen. So, da unten sehen wir Fläschchen. Jetzt weiß ich nur nicht... Weil da liegen zweimal Fläschchen. Ob hier auch zwei Geheimnisse sind? Ich weiß nicht. Onkel Eslicks Touristentipp Nummer 4. Wo soll's denn hingehen? Wie wär's mit der Soulstorm Brewery? Kannst du erraten, was unsere Geheimzutat ist? Natürlich. Okay, wir haben Fläck ist von Boneworks, Dripic von Slick Barracks und Eslick Fico, glaube ich, ist das Fico Depot. Soulstorm Brewery, boah, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Soulstorm Brewery, Zutritt verweigert. Nur General Dripic, Vizepräsident Eslick und Direktor Fläck dürfen das Haupttor entschärfen, um die Effektivität der Sicherheitsmauern zu testen. Bitte jetzt durchgehen. Oh, das war... Da hab ich einen Punkt vergessen. Okay, und hier sehen wir, das sind drei Blitzi-Mitzis. Und dafür müssen wir das Fico Depot... Boah, ich kann heute nicht sprechen. Fico Depot, die Slick Barracks und Boneworks müssen wir dafür... Fertigmachen. Aber das Geheimnis ist, glaube ich, da hinten, wo auch der Eingang ist, da muss man sich, glaube ich, ganz links runterlassen. Okay, das wäre hier. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch was. Da... Ach, guck mal. Was hat man denn hier? Onkel Eslick sagt... Fico Verstandsbüro wegen Sicherheitsalarm geschlossen. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Genehmigung von Direktor Fläck und General Dripic. Worauf wartest du noch? Besuche das Boneworks und die Slick Barracks. Hier sind nämlich nur zwei... Ähm... Nur zwei Blitzi-Mitzis. Und dafür müssen wir halt die Slick Barracks absolvieren und die Boneworks. Achso, ich wollte mal gucken, ob hier irgendwas ist. Das ist immer immer so prädestiniert dafür. Okay, dann sind wir hier unten schon fertig. Dann können wir... Mal da drüben... ...die Bomben wegmachen. So. Hier hin? Ich glaube, das macht dann alle weg, oder? Ja. Ja. Sehr gut. Einnehmen wir uns mit. Sind alle weg. Sehr schön. Okay, da Rapture Farms außer Betrieb, weil wir kaputt gemacht haben. Da kann man nicht lang. Wer hätte es gedacht? Ein Brunnen. Müssen wir aber, glaube ich, gar nicht hören. Wir können nur so hier lagen. Da haben wir die Slick Barracks und... ...nur für Angestellte irgendwas. Onkel Erslicks Touristen-Tipp Nummer 3. Die Slick-Kaserne nicht versäumen. Unter dem Befehl des einzigartigen General Drippig. Das ist nur... ...nicht nur ein Besuch wert. Es ist richtig abenteuerlich. So, so. Was ist denn hier nicht nur für Angestellte? Da dürfen wir auf jeden Fall keinen Pups mitnehmen. Deswegen mache ich erst mal... Was steht denn hier? Da ist ja auch noch was zum Lesen. Onkel Erslicks Touristen-Tipp Nummer 5. Besuche das Boneworks. Da, wo der Zauber beginnt. Mitarbeiter des Monats. So, wie sieht, können wir auf jeden Fall den Slick nicht kaputt machen. Von hier aus auch nicht. 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 Aber von hier. Da müssen wir jetzt ganz schön fix nach oben, nur. Das ist ein ganz schön weiter Weg bis dahin. So. Der wäre weg. Jetzt brauchen wir uns eigentlich... Oh Mann, das ist ja mal ein Quicksale. Wir brauchen uns eigentlich gar keine... ...gar keine neuen Fürzen mehr zu holen, weil die werden uns eh an jeder Tür weggenommen. Jetzt wollte ich noch mal gucken, was ist denn da? Ähm... Da oben. Nur für Angestellte. Das ist bestimmt nur irgendwas zum Angucken oder so. Ich glaube, das ist nur zum Angucken. Nee, hier kann man sogar den Hebel... Okay, dann würde ich sagen, machen wir die Sticks Barracks zuerst, weil das ist, glaube ich, auch ein bisschen einfacher als Boneworks. Glaube ich. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ich glaube, ich habe damals immer Boneworks zuerst gemacht. Aber wir machen jetzt mal die Stick-Baracken zuerst. Ich mag das Logo auch irgendwie voll. Frage, was ist das für ein... Nun, was ist das für ein Brunnen, wollte ich sagen. Ich dachte, da könnte man noch ein Stückchen gehen. Kommen wir von hier oben da rein? Wow. Das war klar. Okay, jetzt haben wir aber alles ausgetestet. Jetzt dürften wir keine Probleme mehr haben, keine Ablenkung mehr, da rüber zu kommen. Außer wenn ich jetzt noch sehe... Ach, da ist ja noch ein Geheimnis. Aber ich sehe hier keine Fläschchen. Okay, das war easy. Easy peasy. Easy peasy. Okay. Was haben wir denn hier? Wisst ihr Bescheid? Moment. Oh. Oh. Muss man ja mal ausprobieren, ne? Oh, oh. 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 Achso, das ist auch Fico Depot. Ich dachte, das sah so nach Resco irgendwie so aus, aber okay. Da müssen wir, glaube ich, erstmal in den Hintergrund, denn da kriegen wir, glaube ich, eine Geisterfalle. Geisterschloss, oder wie man das auch immer nennt. Und wir können uns natürlich das ganze Spektakel hier ansehen. Und jetzt mit Schmackes hier durch. Oh, wir werden schon wieder hell. Ei, 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 ei. Das war ganz schön knapp. Das war ganz schön knapp. Wir machen mal einen Quick Save. Ei, 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 ei. Das hätte böse ausgehen können, weil ich da noch gegen die Wand geballert bin. Oh. Ich glaube, das geht auf einmal von hier aus. Hm, und wie das funktioniert. Okay, ich dachte, das ging. Na gut, dann halt nicht. Nun. Dann weiß ich jetzt, dass ich mit Anschwung, Anschwung, Anlauf dahin muss. Hier auch schön, so ein schöner Zug da im Hintergrund zu sehen. Hier sollte das aber funktionieren, ja. Okay, da können wir uns einen Stick holen. Mal sehen, was wir damit veranstalten müssen. Jetzt muss ich... Moment, ich muss jetzt gerade erst mal, wie das geht. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Das ist genau das gleiche Prinzip wie mit dem Nachpfeifen. Im ersten Teil war das, glaube ich, mit dem Nachpfeifen. Aber erst mal das. So. Wirklich, wir Ahmed. Und erst einmal wersोle parentil moto.